So, ich starte einfach nur das Spiel. Ich gehe mal ganz kurz mit der interaktive Karte. Wir gehen zuerst in Cave 3 rein, da ist die Kettensäge. Ja stimmt, wir sind sehr bei dem Punkt stehen geblieben. Das sind nicht mehr in der eigene Base-Hand. Ist die in der Wand oder ist die auch im Wasser? Nee, die müsste hier irgendwo sein, glaube ich. Vielleicht der Gegenüber? Wenn ich jetzt wirklich richtig... Mich fuckt das doch ab, dass es jetzt Tag... Dass es jetzt Nacht ist. Ich möchte eigentlich auf den Tag warten, weil ich sehe echt einen Scheiß. Okay, es wird jetzt heller. Es wird heller. Jetzt weiß ich, wo die Hülle ist. Und da waren wir, glaube ich, sogar schon mal drin, aber wir haben die Kettensäge übersehen. Wie, echt jetzt? Ja, so, mein Hungerbalken ist komplett leer. Ich brauche jetzt unbedingt, was zu essen. Äh! Das ist ein Kollege. Was? Ach, ich habe da so keinen Bock drauf. Kannst du für mich das Feuer anzünden? Ich habe kein Feuerzeug mehr. Ist ganz schwierig. Ja doch hier. Komm, ich habe ein Feuerzeug. Hä? Wieso kann ich das gerade Feuer... Wieso kann ich das nicht anzünden? Alter, was ist das? Ich verhungere hier. Ich habe ein Problem, Digga. Ich muss schon wieder gehen. Alter, was ist da heute los? Ich habe keine Ausdauer. Jetzt dann auch schon. Ja. Ich habe schon wieder die Hälfte meiner Rüstung verloren gegen einen einzigen Typen. Alter, wir sind solche Pros, ey. Ich würde an der Stelle aber auch mal ins Wasser gehen, weil jetzt kommen sie wieder zu 20 Leuten an. Ihr kannst du nächstes versuchen, schnell das Feuer anzuzünden. Nein, ich kann es nicht. Das zeigt dir nichts an. Bei mir auch nicht. Scheiße, Alter. Ja, wir müssen jetzt schnell in die Höhle rein, ne? Hier unten ist sie, oder? Doch, hier. Also hier ist was. Ah, da. Ah, alles klar, hast du gefunden. Korrekt. Ich habe die Kettensäge. Ich komme sofort. Cool. Also wir haben... Wir finden jetzt hier nichts mehr, ne? Also... Ich glaube nicht, ne? Wir haben hier... Ja, stimmt. Das war die... Die Höhlen-Tour, wo wir hier gegen 2, 3 Virginias gekämpft haben. Jetzt will ich ja nur überlegen, wie kommt man hier die Kletterwand hoch? Hm... Ja, das war vielleicht nicht durchdacht. Vollball, Alter. Ja, scheiße, wir müssen alles weg. Ah! Hässlich. Oh Gott. Alter! Ich würde mir echt so ne... So ne Stirnlampe wünschen. Ja, das wäre cool. Achtung! Ja. Ach! Leih. Willst du unten gehen? Ja. Beschleunige das mal ein bisschen. Okay. Kletterax! Ich habe die Kletterax! Ach, ist die hier? Ja. Ist das die gesamte Kletterausrüstung, oder? Ja. Nein. Ah, die Kletterax kann man auch zu kämpfen mit dem sind. Ja. Macht die... Macht die Blütschaden. Ah, come on, Alter, das gibt's doch nicht. Wieso schlägt der nicht? Weil wir schon jetzt sehr viel Ausdauer haben, wegen dem Klettern. Ich glaube, wir sind letztes Mal nicht einfach diesen Weg gegangen. Wir sind einfach nie an diesen ganzen Sachen vorbeigekommen. Wahrscheinlich sind wir letztes Mal an der Kletterausrüstung und an... an... an der... an der Kettensäcke vorbeigelaufen. Das wäre zwar unwahrscheinlich. Achso, wir sind sogar ganz oben. Okay. Natürlich ist doch wieder Nacht. Jetzt muss ich selber ganz kurz gucken, wo wir genau sind. Hä? Hm? Pass auf! Kokodil, kokodil! Du bist angegriffen. Alter, wirst du nicht... Alter, was? Der hat meine komplette Rüstung ausgezogen. Ah, es wird doch tagend. So, runter da. Mal ganz kurz, leise. Da unten warten sie nämlich schon. Die warten da unten schon. Hä? Was ist denn das scheiß Tower-Gerät? Hier geht's auf jeden Fall nach unten. Ah, okay. Dann ist es da unten wahrscheinlich. Ah, da ist es. Hier haben wir unser Tower-Gerät. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Jetzt können wir gleich tauchen gehen, oder was? Yo. Okay, man sieht auch noch nicht alles, aber man sieht deutlich mehr. Ja, aber das ist besser, ja. Oh, ich hab die alte Axt gefunden. Ist die alte Axt besser? Hm, nee. 21 und 19. Wir können theoretisch noch eine Höhle aufsuchen, ne? Können wir den modernen Bogen noch holen. Ja, aber der ist, glaube ich, mit Abstand am schwierigsten zu holen. Ja, aber wenn wir nächstes Mal die Story beenden. Ja, äh, in der wäre der moderne Bogen gestürt sein. Der Bogen, der Bogen, ja. Jetzt weiß ich, warum das auch am komplizierten ist. Weil, der Bogen ist mitten auf dem Ozean. Aber, das Gute ist, er ist eher in der Nähe, wo wir gerade sind. Wir suchen das jetzt mal. Wir suchen den Höhleneingang mitten auf dem Ozean. Willst du was essen haben? Ich weiß, wo die Insel sich ungefähr befindet. Ah, das ist die da vorne. Wir müssen wahrscheinlich in diese Richtung tauchen, ja. Boah, hier sieht man selbst mit dem Ding nichts. Komm, ja, man sieht echt. Nur einen Höhleneingang im Loch, also ein Loch siehst. Also irgendwo, ich weiß nicht, ob es direkt beim Frack ist, aber das müsste hier irgendwo auf der Seite sein. Das sollten wir tagsüber machen, sonst sehen wir gar nichts am Ende mehr. Ah, nicht hier. Hier muss das sein. Mit den Zipfel nachts gar nicht gesehen. Ah, jetzt sieht man doch mal was. Ich schwimme jetzt noch, tauche jetzt noch meine Flasche leer. Ah, Mann, ist hier schwimmen so noch. Hä? Was? Ich bin tot. Was? Bist du tot? Ja. Hä? Warum? Weil ich ja soffen bin. Warte, nicht E drücken. Bist du schon weg? Ja, das war ins nicht weg. Ich habe ja auch irgendwie das Gefühl, dass dein Rucksack weg ist. Nee, also ich habe noch so einen toten Kopf. Ah, okay, gut. Hä, aber wenn sein Sauerstoffbalk weg ist, sofort auftauchen. Also, dann hast du ja schon keinen Sauerstoff mehr. Am besten, wenn der Balken kurz zu Ende ist. Ach, Mann, er ist mich auch so... Oh, ey, kacke. Ich werde jetzt noch mal sterben, glaube ich. Wieso? Ja, weil ich einfach... Ich bin einfach aus dem Rucksack rausgeschworen. Jetzt komme ich nicht wieder rein. Oh, ja, da ist jemand. Zwei Stück und ich habe nichts. Gammel mal dahin. Na gut, muss ich ja... Lol, das ist wirklich ein Frack. Komm, ne? Okay, pass auf. Es ist nicht der Bogen, der da hier liegt. Sondern? Die Armbrust. Was auch geil ist, aber ich bin jetzt doch ein bisschen enttäuscht. Jetzt muss ich es irgendwie schaffen, mein Zeugs wieder zu kriegen, ohne zu verrecken. Was schon die erste Herausforderung ist, weil ich nichts habe. Und weil ich gleich am Hunger sterbe. Ja, scheiße. Nee, ich kann nicht, das geht nicht. Ich muss es ja probieren. Knochenpfeile. Nee. Pfeile. Bolzen. Okay, ich habe es, ich habe es, ich habe es, ich habe es. Okay, gut. Kannst du denn da stehen? Ist da ein Rack oder was? Ja, nee, da ist eine Planke. So, ich zeig's dir mal. So. Und hier einfach runter. Und dann... Warte. Ah, nee, hier runter. Und da ist schon E. Und da musst du drücken. Frag nicht, wie ich die gefunden habe. Einfach durch, per Zufall. Sondern einfach weiter runter schwimmen. Boah. Da krieg ich ja schon einfach vom Zockenplatz Angst. Und da sind wir. Hier ist niemand, aber... Genau, da vorne ist es dann... Ja, und hier sind die Rezepte. Ganz wichtig. Das ist so eine Gabel. Die würde ich gerne mitnehmen. Genau. Und dann haben wir das auch schon mal erledigt. Alter, da haben wir... Alter, voll cool. Da haben wir eine Abendbrust, Tauchausdurstung, Kletterdingens, Kettensäge. Voll geil. Ah, ich will nicht schon wieder nachts auf Hüllensuche gehen. Egal. Alles doch, Zim. Dann haben wir es hinter uns. Und zwar jetzt nur noch einen modernen Bogen. Ah! Ich habe ja schon einen Höhle eingangen, ne? Also, wenn du was farmen willst, dann... Ja. Oder wollen wir nicht, die würde ja... Es ist die falsche. Oh, warte mal. Oh, das könnte die sein. Warte kurz. Bevor du jetzt aber da reingehst. Es gab nämlich zwei Höhleneingänge. Hier in der Nähe. Und ich darfst du die falsche nehmen. Hier. Oh, Alter. Pst. Alter. Es ist gut, dass du mal vorgehst, weil dann will ich schon vorher gewandt, dass es nicht immer was passiert. Hier ist alles voller Typen. Irgendwie... Irgendwie passt die Höhle nicht. Oh. Ach du. Hier passt einiges. Oh. Oh. Ich brauch deine Hilfe. Oh Gott. Ah, hier. Genau, hier. Das war die Höhle, wo wir nicht reingehen sollen. Hier, das war noch. Ah, die sind unten. Okay, alles klar. Okay, warte, ich zum Molotow. Nein. Oh Gott. Nein, nicht runterspringen. Du bist so ein Idiot. Du bist so ein Idiot. Hä, wie? Achso. Ich bin runtergefallen. Ich will doch nicht runterspringen. Geh sofort hoch. Wir machen hier von oben Platz. Ist Selbstmord, wenn wir da auch runter werden. Ich wollte dir helfen. Da kenne ich nichts. Wir haben beide eine Kettensäge. Das können wir eigentlich mal ausnutzen. Nee, kein Nahkampf. Das ist nicht gut bei dem. Aber ist ja witzig. Okay, pass auf. Ich warte kurz, bis meine Medizin voll ist. Okay, let's go. Let's go. Ja, da macht er nämlich gar nichts. Tot. Alter, wie brutal. Das Gefühl war sehr befriedigend. So. Ich glaube, das ist gezogen. Sieht man das? Nee. Okay, das war brutal. Okay, das ist sehr brutal. Ah, endlich doch. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo wir genau sind. Das ist direkt der nächste Füllengang. Oder so. Hä? Das dürfte das sein. Ich guck mal kurz. Äh, ich komm auch runter. Lass drinnen unser Lager aufschlagen. Nee, 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 nee. Nee, aber oben ist scheiße. Oben wartet jemand. Achso. Unten auch. Cowboys is safe, is safe, is safe. Okay, alles klar. Ja, da unten lebt was. Ja, ja, gut. So, nur Speicher, nicht schlafen. Ja, ja. Gut, da würde ich mal rausgehen, ne? Mhm, ich auch.